Udo Samel ist ein deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher. Leben Udo Samel erlernte seinen Beruf an der Schauspielschule in Frankfurt am Main ab 1974, nachdem er an der Goethe-Universität in Frankfurt ein Jahr lang Slawistik und Philosophie studiert hatte. Nach den ersten Stationen im Staatstheater Darmstadt und im Schauspielhaus Düsseldorf fand er seine künstlerische Heimat 1978 an der Berliner Schaubühne. Hier arbeitete er mit Regisseuren wie Peter Stein, Lüg Bondi, Klaus Michael Grüber, Andrzej Walder, Robert Wilson und Andrea Brett zusammen. Vom Theatermagazin Theater heute wurde er 1979 zum Besten Nachwuchsschauspieler und 1991 zum Schauspieler des Jahres gewählt. Festes Ensemble-Mitglied blieb er an der Schaubühne bis 1992. Seine darauf folgende Zeit als freiberuflicher Schauspieler beinhaltete unter anderem ein Gastspiel als Goethe's Torquato Tasso am Wiener Burgtheater im Jahr 1994. Er band sich erst 2001 wieder fest an ein Theater. Er kehrte zurück nach Frankfurt an das Schauspiel Frankfurt. Er spielte dort in Wojzeck von Georg Büchner, in Ibsens Gespenster den Pastor Manders, ebenfalls in Braunschweigs Regie und den Vater von Henning Mankels Stück Zeit im Dunkel, unter der Regie des Autors. Von 2004 bis 2015 war Samel Ensemble Mitglied des Wiener Burgtheaters, an dem er bereits früher gastiert hatte. Viel beachtet war Samel 2009 in der Titelrolle des König Lier am Schauspielhaus Graz in der Regie von Peter Konvitschny. Konvitschny konnte Udo Samel drei Jahre später auch für seine Faustinszenierung am Schauspielhaus Graz als Mephisto gewinnen. Die Premiere fand am 15. Dezember 2012 statt. 1996 inszenierte Udo Samel am Deutschen Nationaltheater Weimar die Oper Wozzeck von Alban Berg. Dies war seine erste Opernregie. Weitere Inszenierungen folgten am Bremer Theater am Goetheplatz, am Bayerischen Staatsschauspiel, Marstall in München und an der Dresdner Semperoper. Seit 2003 inszeniert er an der Oper Frankfurt. Von 2004 bis 2015 gehörte Samel dem Ensemble Samel des Wiener Burgtheaters an, wo er vor allem in Inszenierungen von Andrea Brett Erfolge feiern konnte. Udo Samel spielte außerhalb seiner Theaterarbeit in zahlreichen Filmen. Sein Filmdebüt gab er 1978 in dem Film Messer im Kopf. 1986 spielte er in dem Film mit meinen heißen Tränen, in dem er den Komponisten Franz Schubert verkörperte. Für diese Rolle erhielt er zahlreiche Auszeichnungen. Das Fernsehpublikum kennt Udo Samel durch zahlreiche Gastrollen in Chemiserien und durch die Rolle des jüdischen Kaufmanns Max Salomon in dem ZDF Sechsteiler Durchreise, die Geschichte einer Firma, für die er mit dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Goldenen Gong ausgezeichnet worden ist. 2000 spielte er in dem zweiteiligen Dokudrama Deutschlandspiel die Rolle des Michael Gorbatschow. Seit 2017 verkörpert er eine wesentliche Rolle als Ernst Gennert in der Fernsehserie Babylon Berlin. Samel fungierte bereits mehrfach als Erzähler bei Dokumentationen, so das Goebbels Experiment und 14 Tagebücher des Ersten Weltkriegs. Ebenfalls las er bereits verschiedene literarische Werke als Hörbücher ein, darunter Der Zauberberg von Thomas Mann. Im Februar 2021 outete sich Samel im Rahmen der Initiative Ecktaut im SZ-Magazin mit 184 anderen lesbischen, schwulen, bisexuellen, queren, nicht-binären und trans-Sternchen-Schauspielern. Auszeichnungen 1977 Förderpreis für Literatur der Landeshauptstadt Düsseldorf 1986 Fernsehpreis der österreichischen Volksbildung für Mit meinen heißen Tränen 1987 Deutscher Darstellerpreis Chaplin Schuh des Verbandes der Film- und Fernsehregisseure Eingetragener Verein 1987 Adolf Grimme Preis mit Gold für Mit meinen heißen Tränen 1988 Europäischer Filmpreis Nominierung Best Actor für die Darstellung Franz Schuberts im Kinofilm Noturno 1989 Deutscher Kritikerpreis 1993 Goldener Gong und bayerischer Fernsehpreis für die Darstellung des jüdischen Kaufmanns Max Salomon in dem ZDF Sechsteiler Durchreise Die Geschichte einer Firma 1996 Deutscher Fernsehpreis Nominierung für die Darstellung des Bohne In Angst hat eine kalte Hand 2005 Deutscher Filmpreis Nominierung Beste Nebenrolle in Alles auf Zucker 2008 Nestroy Theaterpreis Nominierung Beste Nebenrolle 2009 Verleihung der akademischen Bezeichnung Professor an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt Main 2010 Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland 2011 Nestroy Theaterpreis Beste Nebenrolle für der Parasit und Professor Bernhardi Sophan